Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, sie ist neu im Showgeschäft und sie ist heute Abend zum ersten Mal zu Gast in einer Fernsehshow. Begrüßen Sie ganz herzlich, Nachwuchstalent Antje Engelche! Anke Engelche, wow, passend, willkommen Anke, du siehst fantastisch aus. Was soll der Aufzug? Heinz, was soll der Aufzug? Mann, ich feiere den Elvis seinen 67. Geburtstag heute. Ja, der war aber gestern, Moment, der war gestern, Moment mir eben, äh, unterhalten Sie sich mal untereinander? Der war gestern, du bist einen Tag zu spät, mit deinem lustigen Kostüm. Ich habe mich komplett jetzt hier reingezogen, das ist das Kostüm von Philipp und das war zu eng und da mussten wir hier eine kleine, dein dünner Gitarrist, da mussten wir hier, äh, können Sie ein bisschen sich kennenlernen? Äh, das ist wahr, ich habe einen Song einstudiert. Nein, jetzt setze ich dir erst mal hin. Ich rege mich so auf gerade, märz. Ja, total. Hör mal. Hör mal, was machen wir jetzt? Steht dir aber gut, pass auf, dass hier nichts rausfällt. Oh. Sieh mal ein bisschen zu. Entschuldigung. Ey, aber kann ich bitte den Song trotzdem singen? Ich habe das jetzt den ganzen, äh, den, äh, den, äh, pass auf, den ersten offiziellen... Hast du denn das selber gesehen? Dann hättest du gesehen, dass gestern Elvis, äh... Ich hab doch gestern, ich war doch noch, ich war doch noch spät in der Fabrik am Malochen. In der Showfabrik. Ja. Hier, aber ich hab, hier, ich bin doch Mitglied von der ersten offiziellen Elvis-Fanclub. Wisse? Und die gucken alle zu und für die habe ich heute den Song eins. Was, was denn Song hast du denn? Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Ja, wir sagen, in Pots sagen wir, I'm the lonesome tonight. Na gut, wenn es dich glücklich macht, dann spielen wir das hier. Ja, geht, ihr habt das doch auch. Äh, 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 wird das dich sehr stören, dann spielt der, äh, na, hilf mir, der Stefan. Der Stefan, äh, der Stefan spielt ein bisschen Gitarre und bestimmt, ist hier ein Mikrofon versteckt. Und du müsstest aber bitte im Mittelteil von Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? No, 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 no. Dann müsstest du, äh, bitte auch diesen Hiiii. Genau, da wo der Sprechteil ist. Da kommt ein Sprechgesang. Genau. Ein Rap. I wonder if you're lonesome tonight. Ja, okay. Achso, die, soll ich die Brille auflassen? Are you lonesome? Kommst du eigentlich so tief? Watt? Oh. Kommst du so tief? Ist mehr, ja. Ein Stückchen. Ja, äh, kommst du so tief denn eigentlich? Ein bisschen runter, Stefan. Ein bisschen Hoffnung. Are you, are you? Ja. Okay. Oh, love in time. I'm. Missed all in. Ach, scheiße. Ich bin ja noch ein falsches Song. Ich werd wahnsinnig. Und das läuft wohl, ne? Jetzt hab ich mal einen kleinen Scherz. Jetzt bist du aber falsch. Ich darf auch mal einen Scherz machen. Nicht nur du. Du bist aber eine Ulk, äh. Jetzt aber richtig komm. Jetzt komm. Ja. 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 voll ca. Ja. Ja. Und du missionen. Äh. Vielleicht unterhalten Sie sich unternachend. Okay. Heute Morgen noch bring ich die beiden Kinder in den Kindergarten, die sitzen in der Küche, ich mach Kaffee und Tee für die ganze Bagage und da klingelt es an der Tür. Wer ist an der Tür? Wolfgang Petry. Er hätte aus Versehen mit seinen Freundschaftsbändchen geduscht, die werden jetzt alle so eng und täten weh. Ich sag Wolfgang, setz dich in die Küche zu den Kindern und mach den Kaffee. So, geht's Handy, George Bush, amerikanischer Präsident. Er hätte gerade ein Problem, wer denn im Moment der deutsche Außenminister sei. Ich sag Mensch, George, kann sich niemand selber drum kümmern. Sag Kinkle, so, Wolle aus der Küche, wo sind die Kaffeefilter? Ich muss mich um alles kümmern. Geht noch mal das Handy George Bush noch mal dran. Stimmen gar nicht mit Kinkle und so weiter. Riesiges diplomatisches Chaos und so weiter. Ich sag, ist mir doch egal, kümmere dich selber drum. Ich sag Gott, dass du das so auf jeden Fall gehört. Ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Du gibst mich hier den Hüttern. Du gibst mich die Hüfte. Du gibst dich den Hüttern mal. Danke! Wir haben die Hüfte. Ja.